Hallihallo, Hallöle und Willkommen auf der Insel bei The Tribest, ja, bei The Tribest, da kräht auch schon der Hahn, das kann er am besten, Krän, ich auch ein Krän-Hahn, und da kommen schon die ersten Monster, wenn man denn so will, so, es müsste eigentlich auch mittlerweile unser Sterne-Sofort-Geschäft im Möbel-Paradies, da, zack, Hammer, Hallo, pass mal auf hier, wenn so sich das Möbel-Herstellen anhört, dann mach ich mir Sorgen, er wetzt ja nur die Messer, also das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn sich das so anhören sollte, kriegt man ja doch ein bisschen Angst, ein wenig, auf jeden Fall, glaub ich. So, hier auch noch mal ein paar Pflanzen anbauen, würde ich sagen. So, Geld, komm, hallo. Kohle machen wir ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Oh, wir haben fast gar nichts mehr zu fräten, was kann das denn? Hm, wie kann denn sowas? Den können wir ja direkt, ne, beanspruchen hier. Den können wir ja direkt wieder Geld sammeln lassen. So, wir gucken mal einmal hier rein. Entschuldigung. Wir müssen mich ju Nikon announceperren. Da, 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 da. ich gesehen in ruhe ja reicht auch nicht aus mann ich bin begeistert große klasse ja es gibt so nicht alter der hört sich so an also mal irgendwo ich wiese nicht lalala 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 mehr geht nicht okay ja ja noch mal da ist gar nix eigentlich ein hingerchen ja ja der kann nicht viel machen kann hier noch mal vielleicht ein bisschen dann geht es mal ab zum marmorfjord hast du da muss man dir lassen du hast ganz alleine auf einem piratenschiff dort gibt es sogar gespenster die habe ich selbst gesehen notizen des lehrers diagrammen zeichnen okay steine weisen ziel aller alchemisten es geht weiter das mal sehen was du da hast das sind ja auszeichnungen meines lehrers eine sehr wertvoller fund diese sind sehr nützlich doch das nur ein teil davon wir brauchen den rest der lehrer kann mir gut vorstellen irgendwie so ein ungebildeten charlatan charlatan ja der professor ist nicht so glaube ich im bilde wird gerne hätte oder so ja oder ich glaube dem für ihn gibt es nur das eine und nicht mal irgendwas anderes natürlich wie die hart Really, really, really 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 hard Really hard Oh, wir haben keinen Sand Was? Warum? Oh, kein Sand mehr Wir haben keinen Sand mehr Das ist nicht gut Alter Wir haben echt keinen Sand mehr Das ist doch nicht normal Warum haben wir denn so wenig Sand? Verstehe ich jetzt nicht Habe ich nicht zu viel hergestellt von irgendwann Oder was? Kann ich mir noch nicht vorstellen Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Nö, 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 nö Ja, da können wir hier jetzt nicht viel machen Außer die Notizen sammeln, ne? Also die Aufzeichnungen Ja, ich kann gar nichts machen Ich hab auch mit gar keinen Sand mehr hier Das ist echt Nicht gut Sag ich jetzt einfach mal so Dann gehen die eben Kohle sammeln oder so Das ist ja auch nicht so unbedingt Der tragische So Dann aber ab zur geheimnisvollen Küste Ich glaube, die produzieren echt viel zu wenig Sand Aber ich wüsste auch nicht, wie ich mehr Sand hier machen könnte Ja, na gut, natürlich Ich könnte, ne, noch mehr, ähm Sanddinger da bauen Sandgruben Aber das ist ja Na, nicht im eigentlichen Sinne, ne? Hm Wohnt mich jetzt gerade ein bisschen echt, äh Das wohnt mich jetzt gerade ein bisschen Oha, mein Nacken Ach, Nackenschmerzen Ich dachte schön, was man haben kann Ähm Ja Hm Na gut, ich kann jetzt Ja, eigentlich nicht viel machen hier Klar, ich kann sie alle losschicken und so weiter Ein bisschen Holz hier machen lassen und so Aber so richtig machen Zack Oh lololol Mist, jetzt hab ich gar nichts mehr Naja Egal Das Antol der Ahnen Ist die Nüs Adresse Umbocke Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Ja, ich komme da vielleicht nicht dahin Ja, das ist ja gut, ey Schrei minieren Ich bin ja sensibel Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll, Mann Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll, Mann Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll, Mann Ich muss ja alles freikaufen hier Nicht so einig, hab ich hier für die Aufgabe Das ist ja buggy, Mann Da bringt mir ja alles nix Hey, wir haben keine Kohle Kann man ja mal so sagen, oder? Finde ich Okay 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 Go So Mehr kann ich ja eh nicht hier machen, Mann, ey Buch der, äh, Buch der urbaren Erde Wir können heute doch echt nicht viel machen, ey Und da gibt's schon Mal keinen der Games La 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 Ich muss die hier mal irgendwo Ein bisschen weiter Ja, so Ich glaub, so ist besser Ja Ja La 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 Ich lass das mal wieder Boah, heute hab ich Mega-Kopp-Pinne Voll übel Ich weiß gar nicht, warum La 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 Merk vor Land Yes Juhu, gefrorenen Regenbogen Alter, was kommt denn hier? Hallo Ist aber gut hier Hä? Hab doch hier geklickt, oder? Ah ja, jetzt Ich hab Freischalten geklickt, Mann Die Maus ist weggerannt Mann, ey Oh Mann So Hab da davon jetzt So Blub, 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 blub Da brauchen wir das, da brauchen wir Eis für, da brauchen wir dieses andere zu Eis für. Lässt sich hier einrichten, sag ich mal. Sonst kann ich hier sonst noch irgendwas machen. Kieke mal. Kann ich noch gar nicht bauen, die Raketen, die Gedönster. Großartig, Chief! Oh, großartig! Ich habe meine Schuhe verloren. Wo habe ich meine Kulerei? Ich habe meine Kulerei. Level 60. Die wollen mich doch heute hier alle trollen, oder? Eine Konzerthalle. Ich würde ja eine... Ich finde die Konzerthalle nur nicht. Hau ein Farbenwerk! Hau ein Farbenwerk! Würde ich... Ah, ich glaube dann noch nicht! Achso, naja gut, Piratenschiff, da sind wir noch dabei! Sammel... Sammel... Mh... Mh... Ja, das heißt, ich muss hier noch weiter sammeln, oder? Anders... Anders geht das ja gar nicht. Okay... Alter, das hat hier schon zugewuchert, ey! Müsste man auch mal freiräumen. Ähm! Aber vielleicht nicht heute. Lalalalala... 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 Also eigentlich müssten die mega... Mega viel, ähm... Hier freiräumen können. Eigentlich überall hier, wenn man so sieht, ne? Da, da... Da, da... So... Reicht aber auch schon fast wieder, weil... Jetzt haben wir schon wieder einen, der irgendwo über ist. Das ist auch nie gut, ey. Einer, der überall eh schon kein Geld verdient. Das ist... Das kann nur zum Leid führen. So, jetzt nicht mehr. Ja... Ich muss mal sagen, wir gehen mal auf die Karte. Wir ficken... Schicken hier... Erstmal ordentlich, äh... Zeugs drüber. Das... Ist das einzige, was mir gerade jetzt einfallen würde. Hm. Habe ich denn diese Bronze? Da habe ich immer was. Äh... Ja... Mann, ey! Hm. Ist jetzt schon ein bisschen unangenehm. Das ist... Jetzt konnten wir gar nicht so viel machen, ey. Ja, Rudi. Wir können jetzt noch ein bisschen einsammeln hier. Das ist kein Thema. Ich gucke mal, was... Was wir gebrauchen könnten. Ja, das ist... Klein. Ich wird ja klein. Du... 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 Ja, gut. Hier kann ich ja ein bisschen... Ähm... Ja, Entschuldigung. Ich habe wieder... Zu viel gemacht, als ich darf. Es tut mir leid. Komm ich wieder vor. Lala... 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 Ich muss echt mehr... Nebenbei machen. Aber das ist... Sehr zeitintensiv. Das ist der Nachteil. Ja, Entschuldigung. Schrei mich doch nicht an. Ich bin sensibel, ey. Lala... Du... 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 Schickt mir... Mehr... Sachen. Soll ich einfach jetzt behaupten. Schickt mir mehr... Hier von einem Laberzeug und so weiter. Wer kann... Dürft mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Mann, ey. Mir ein bisschen fehlt das Connecten. Man kann gar nicht mehr Connecten, glaube ich, ne? So... Äh... Also... Bei diesen Windows... Ähm... Hallo? Kann... Keine Ahnung. So. Ähm... Bei diesen Windows-Apps... Ne? Das Game gibt es ja auch als App. Normalerweise, ne? So Connecten und so. Dann wäre gar nicht mal so schlecht. So. Zack. Joah... Freunde. Das ist... Diesmal dann eine... Sehr kurze Sache gewesen. Schade. Naja. Gut. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Fürs Dabeisein. Wir sehen uns auf der Insel. Denn ich bin reif für die Insel. Und zwar für die Insel... The Tribes. Insel der Antike. Ciao mit V. Euer Johnny Do. Tschüss.